Hi, hallo! Wir sind GodSlave! Wir waren gerade im Studio und haben unser bisher stärkstes Album aufgenommen. Es war insgesamt eine schwere Geburt. Das Songwriting hat ewig gedauert und insbesondere deshalb sind wir mächtig stolz darauf. Und damit sich die Mühe auch lohnt, möchten wir das Album natürlich auch ordentlich promoten und die Weltherrschaft an uns reißen. Und zu diesem Zweck wollen wir ein vernünftiges Musikvideo produzieren. Wir wollen euch nämlich wirklich nicht mit dem langweiligen Standardvideo nerven. Um mal ehrlich, eigentlich sind wir viel zu hässlich, um uns für ein Video filmen zu lassen. Darum dachten wir, lassen wir uns einfach mal zeichnen. Und zwar so schön, wie wir innerlich eh so sind. Und wir haben auch schon mal angefangen hier. Schon gar nicht schlecht, oder? Um das Ganze aber doch noch ein bisschen hübscher zu machen, brauchen wir professionelle Unterstützung von jemandem, der das richtig gut kann. Dummerweise kostet so ein animiertes Video richtig, richtig Geld. Durch die Produktion unseres neuen Albums ist die Bandkasse Ratze fast leer. Und dazu kommt auch noch, dass unser Maja zum Vater geworden ist. Und der Winter steht vor der Tür. Wir brauchen eure Unterstützung. Helft uns, das Ganze zu finanzieren und unseren Traum vom super, mega geilen Musikvideo endlich wahr werden zu lassen. Wir haben uns dafür auch schon ein paar richtig coole und vor allem exklusive Dankeschöns überlegt. Ihr könnt zum Beispiel Teil des Videos werden und ordentlich mitmischen. Ist das was? Also ist was. Außerdem machen wir für euch eine Listening Party zum Album hier im Proberaum und ihr könnt das Album vor Release bekommen. Macht mit und helft uns, das Video auf die Beine zu stellen. Jedem Einzelnen unterstütze es neben dem ganzen coolen Dankeschöns auch unsere ewige Liebe sicher. Wir halten euch auf dem Laufenden. Meldet euch einfach, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Das ist genauso euer Video wie unseres. Wir brauchen euch und zusammen schaffen wir das hier wohl locker, oder? Also ciao, ciao ihr lieben Leute und vielen, vielen Dank!